es ist nacht es ist nacht hier in rallye durham und wir sitzen wieder hier und schicken ein paar flugzeuge auf die reise so und es wurde sich gewünscht dass ein paar mehr multiplayer folgen gibt deswegen habe ich wieder einen kollegen dabei kollege sagt mal so die piloten nicht verstehen das ist erst mal die haupt voraussetzung genau dass die mich verstehen und erst mal wieder die ganzen tasten für die ganzen bildschirme erstmal wieder hinkriegen dass sie erst nichts gegen einzuwenden auch ich darf mich heute wieder mit dem tower begnügen ja okay ich finde ich finde das immer noch ein bisschen bisschen irritierend aber okay ja dadurch dass es jetzt draußen so dunkel ist sind halt die titel leisten der fenster so ein bisschen überbelichtet ja die sind ein bisschen hell ja das stimmt allerdings die könnte man auch so in so einem dunklen grau halten aber die kannst du leider nicht verändern deswegen sehen die halt so aus ich muss mir erstmal kurz für meine ganzen anzeigen ein bisschen zurecht drücken aber wir haben keinen wind das ist schon mal gut hast du irgendwelche präferenzen wo du irgendwas haben willst oder ist das für dich rille aktuell habe ich erstmal beide für landen also folge auch beide für starten gucken wir mal wie viel verkehr so kommt ob vielleicht tatsächlich 1 1 machen müssen ich sehe gerade im stripe sind ein paar sachen dazu kommen zwecks taxi und line-up und so das jetzt durch das andere design dazu gekommen oder ist das ja wann dann wieder automatisch wenn du den pushback gegeben hast dann kannst du einmal auf go klingeln beim pushback und dann bleiben seit bei der über den bahn das ist okay die macht ja am meisten sind ja gerade mal gucken ob ich schon mal ein paar kameras positioniert kriege wir sind ja auch für mich das war ich glaube 8 9 10 11 wenn ich mich nicht ganz täusche der nachteil an nachtfliegen ist natürlich dass es dunkel ist aber wofür dunkel wird nicht mehr ganz so dunkel wo ich ganz sagen kann ich sagen muss dass die die Beleuchtung und so weiter um beim ersten aus der Power Ansicht her besser aus das ist ein bisschen stark überbelichten auf der Scheibe die reflektieren und ich hätte gerne Antireflektionsfolien drauf äh im nächsten Update soll es eine Möglichkeit geben dass du die Lampe einfach ausschaltest im Tower aber dann tut ja die 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 leisten von dem Moulton noch mehr überblendest ja das ist dann das andere Problem das stimmt ja so und du hast ein GO ich bin es nicht ja ich auch nicht jetzt hier einmal hin so mal gucken was funktioniert hat null wind komplett stehe ich alles gute sichtweite in park wolken ja das stimmt ja ist doch sehr entspannt alles ja es ist nachts zeig dir mir grundsätzlich von allen Flugzeugen jetzt auf dem Tier die Taxiway Rute an nur von dem ich zuletzt aktiv hatte immer nur von dem was du gerade aktiv hast eigentlich habe ich gerade gar keinen aktiv ja solange das Flugzeug noch grün hinterlegt ist wird die Taxi Rute des Flugzeugs angezeigt das ist aber eigentlich nicht gut hinterlegt weil das Flugzeug ist nicht ausgewählt gerade das ist blau ja gut aktuell ist es nur der eine der stört mich noch nicht wenn es dann irgendwann mehr wir sind und ich sie wirklich doch gleichzeitig sehen sollte dann ist das natürlich schlecht ist es ist es ist tatsächlich mag ich zwar nicht gar nicht aber so es ist mir einfacher ich kann auch schon mal die den EDIUS Bildschirm jetzt gedreht was ich eigentlich so überhaupt nicht ausstehen kann aber ich werde den mir vielleicht sogar auch ein bisschen drehen nicht ganz so ja hier drauf ich kann es ehrlich sagen ich habe ihn ganz gerne ein bisschen gerader drauf da kann man meistens auch ein bisschen besser ranzoomen ich sag mal so wenn du dich nur auf ein Konzentrieren muss ist es okay aber wenn du halt weil du dich verliest sollt die Analogie zwischen dem Luftradar und dem Bodenradar ja das stimmt allerdings deswegen ist das so ein bisschen nicht so mein Standard Southwest 2087 runway 23 right clear to land runway 23 right clear to land Southwest 2087 ich lecke mir das einfach ein bisschen äh kui ja ne ja aber ich sehe nur die vom letzten ausgedehnten doof dann sehe ich nichts mehr ja komm ich versuche die Kamera ein bisschen runter zu bewegen dass dieser blöde Lichtfleck da weg ist aber dann sitze ich halt auf der Höhe der Monitor und sehe gar nichts mehr ja das ist dann auch wieder das Problem dann nehme ich da hinsetzen ähm doof Rallye Tower Ops 1717 heavy with you der muss kurz warten er war zu ländsam ich finde es hier aber gut äh dass man die Monitore äh wirklich auch bedienen kann ohne die extra äh wirklich explizit aufzurufen ja rallye Tower Endeavour 530 wait on final 23 right ups 1717 runway 23 right line up and wait behind an extending aircraft UPS 1717 heavy runway 23 right line up and wait behind next landing aircraft runway 23 right line up and wait behind next landing aircraft ups 1717 heavy und da heute rallye Tower 5405 papa mit dir rallye Tower 5 415 papa runway 24 çok Papa, runway 23, oh, Aveline, okay. 5415 Papa, cross runway 23 left. Cross runway 23 left, 5405 Papa. Southwest 2087, contact ground on 121.7. Roger, good evening. UPS 1717 heavy, runway 23 right, cleared for takeoff. Runway 23 right, cleared for takeoff. Ops 1717 heavy. Raleigh Tower, Spirit Wings 278 on final 23 left. Raleigh Tower, Southwest 1313 on final 23 right. Raleigh Tower, Spirit Wings 278. 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 Runway 23, right, cleared to land. Runway 23, right, cleared to land. Endeavor 530, wait. 5-4-1-5, Papa, Runway 1- 5-4-1-5, Papa, Runway 1-4, cleared for takeoff. Runway 1-4, cleared for takeoff. 5-4-1-5, Papa. UPS 1717 Heavy, Contact Departure. Roger, good evening. Endeavor, ja, die hat eine Landefreigabe, das ist gut. Runway 2-Southwest, okay. 5-4-1-5, Papa, Contact Departure. Roger, good evening. Okay. 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 Spiritwings 278, Runway 23, left, cleared to land. Runway 23, left, cleared to land. Spiritwings 278. Southwest 1313, Runway 23, right, cleared to land. Southwest 1313, Runway Tower, FedEx 650, heavy with you. Runway Tower, only 8-1-A-Victor Hotel with you. 1-8-1-A-Victor Hotel, cross runway 23, left. Cross runway 23, left. Only 8-1-A-Victor Hotel. Endeavor 5308, contact ground on 121.7. 1-8-1-A-Victor Hotel, runway 24, cleared for takeoff. 1-8-1-Victor Hotel, runway 24, cleared for takeoff. 1-8-1-Victor Hotel, runway 24, cleared for takeoff. Runway 14, cleared for takeoff. Only 8-1-A-Victor Hotel. FedEx 650, heavy, runway 23, right. FedEx 650, heavy, runway 23, right. 1-8-1-A-Victor, line up and wait behind next landing aircraft. 1-8-1-A-Victor, runway 23, right. Line up and wait behind next landing aircraft. FedEx 650, heavy. Raleigh Tower, UPS 1482, heavy on final 23, right. Overtaxi. What's in sort here? Pleasure here. Spiritwings 278, contact ground on 121.9 now. Roger, good evening. 1-8-1-Victor Hotel, contact departure. 1-8-1-Victor Hotel, contact departure. Roger, good evening. Raleigh Tower, Brigad 5750 on final 23, left. Southwest 1313, contact ground on 121.7. Roger, good evening. FedEx 650, heavy, runway... FedEx 650, heavy, wind as calm, runway 23, right, cleared for takeoff. Runway 23, right, cleared for takeoff. FedEx 650, heavy. Raleigh Tower, Delta 156, win on final 23, right. UPS 1482, heavy runway 23, right, cleared for land. Runway 23, right, cleared for takeoff. UPS 1482, heavy. Ich würde überlegen, ob ich nicht lieber tatsächlich aus dem Feld das mal so mache. Oder den Tower dafür mit... ...Doppelschirm. Raleigh Tower, Endeavor 4932 on final 23, left. Jetzt dafür... ...Raleigh Tower, Endeavor 4769 on final 23, right. So, vor ich muss kleiner sein, so. ...Hab pushback bekommen. ...Seid im... ...Taxi-Bereich. ...FedEx 650, heavy, contact departure. FedEx 650, heavy, contact departure. ...Auf Charlie haben sie das echt einig, ja? Ja, da sind sie nicht im Bereich von... ...Vom Terminal, da können sie schneller fahren. ...Ballan da runter alle. Deswegen, aber da muss ich erst mal denken, dass sie da schneller ist. Deswegen muss ich vorhin einmal schon die eine kleine, die 181 Victor Hotel hier, ...erhalten lassen, weil ich dann zusammengekracht bin auf der Kreuzung. Ja. So, bis auf dem ist der Rest schon weg. So, die hier unten, die nehme ich jetzt auch raus. Ding, 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 ding. So. So, bis auf dem ist der Pushback, aber noch kein... ...Ja, na. Brickyard 5750, Runway 23L, clear to land. Runway 23L, clear to land. Brickyard 5750. UPS 1482, heavy, contact ground on, 1.2.1.7. Roger, good evening. Delta 1561, Runway 23R, clear to land. Runway 23R, clear to land. Delta 1561. So. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, was ich... ...vor diese Option halte. Das war im alten Tower dann irgendwie besser, aber... ...dann sieht man wenigstens draußen was. Meinst du jetzt mit der Lampe, oder was? Ja, ich habe jetzt halt, äh... ...ich habe jetzt halt die, äh, unten rechts die 3D-Radar ausgemacht. Dann ist halt der Tower weg. Und dann mache ich mir halt unten direkt kleine Fenster auf. Dann sieht man wenigstens was. Ja, ne, ich hab nicht schon was sehen, tu ich auch. So ist nett. Weil, hier steht grad direkt vorm Tower-Fenster, steht grad, äh, hier die eine, äh, South-West rum. Ja. Ja, wir laufen da auch schon mal da hoch. Die beiden laufen mit Taxi. Das ist ein Taxi. Endeavour 4932, runway 23L, clear to land. Runway 23L, clear to land. Endeavour 49er 32. Brickyard 5750, run... Brickyard 5750, contact ground on 121.9er. Negative. Brickyard 5750. Endeavour 4769er, runway 23R, clear to land. Roger, good evening. Rally Tower, Endeavour 49er 49er with you. Runway 23R, clear to land. Endeavour 4769er. Rally Tower, Endeavour 5028 with you. Delta 1561, contact ground on 121.7er. Du konntest mich ärgern mit der Brickyard unten, wa? Roger, good evening. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, 47. Ich will auf die andere Seite, deswegen, aber ich schick's jetzt hinten über Echo vorbei. Wozu gibt's Echo? Wo ihr beide seid, der hat ihn angemeldet. Endeavour 4949, runway 23R, line up and wait. Runway 23R, line up and wait. Endeavour 49er 49er. Wo willst du irgendwas? Wo ist denn? Line up. Jetzt beide aber schon euer Taxi. Den hab ich schon übergeben, die sind für mich also departure. Roger. Endeavour 4769er, contact ground on 121.7er. Rally Tower, Spirit Wings 277 with you. Spirit Wings 277, runway 23L, cleared for immediate takeoff. Roger, good evening. Runway 23L, cleared for immediate takeoff. Spirit Wings 277. Endeavour 4932, contact ground on 121.9er. Endeavour 4932, contact ground on 121.9er. Roger, good evening. Endeavour 493, runway 23R, cleared for immediate takeoff. Endeavour 4949, runway 23R, cleared for immediate takeoff. Aber ... Aber ... Runway 23R, cleared for takeoff. Endeavour 4949, Endeavour 4923, runway 23R, cleared for land. So, mal gucken. Runway 23R, cleared for takeoff. Endeavour 4923, cleared for takeoff. Okay. Das war auf jeden Fall knapp, aber es hat funktioniert. Ich glaube, das ist irgendein Militärkram oder so da unten. Das war ein bisschen enger, als ich es gehofft hätte. Spirit Wings 277, contact departure. So. Endeavour 5028, runway 23R, landabout wait. Endeavour 5028, wind is calm, runway 23R, cleared for takeoff. Runway 23R, cleared for the CAF. Endeavour 5028. Endeavour 4923, contact ground on 121.9R. Roger, good evening. Endeavour 4949, contact departure. Roger, good evening. Blue Sturic 5386, runway 23R, landabout wait, behind next landing aircraft. Blue Sturic 5386, runway 23R, runway 23R, line up and wait behind next landing aircraft. Blue Sturic 5386. Raleigh Tower, jet blue 1106 with you. Mounted 4422, runway 23R, cleared for land, mountain 4422. Mounted 4422, runway 23R, cleared for land. Reded for 탈. Old Sturic 538, telefone 445,סund, equipPoint, Die sind es auch schon, genau. Bluestreak 5386, Runway 23R, cleared for takeoff. Und wieder. Runway 23R, cleared for takeoff. Blue Strength Vot 386 Mountain 4422, contact ground on 121.7 How high is this? Roger, good evening Bizer, Dexleiner Der ist Weg, der ist Departure Plut FedEx 1126, have you go around FedEx 1126, have you turn right heading 270 FedEx 1126, have you turn right heading 270 FedEx 1126, have you turn right heading 270 FedEx 1126, have you contact departure Roger, good evening Der darf sich jeden wieder einreihen JetBlue 1106, Runway 23 right, cleared for immediate takeoff Runway 23 right, cleared for immediate takeoff JetBlue 1106 Rallyet Tower, Brigade 5992, final 3 right Die mounten da, die andere kann schon weg So Ein bisschen sortieren hier Bis treiben mal schön, wenn man über sichs behält So Juuu Blue Streak, 5386, contact departure Blue Streak, 5386, contact departure Roger Roger, good evening Rallyet Tower, 29 Redwallam is in the loop with you Ja, guten Abend auch Tun dann natürlich immer Sulu, Cross runway 23 left Ja, diese kleinen Dinger, da ich dachte, ich schickt ihm aus Cross runway 23 left 29 Redwallam is in the loop with you Ja, die haben nur irgendwie immer ne komische Aussprache Ja Ja, deswegen, das sind so Für mich sind das nur kleine 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 Buttons, deswegen Ja Die können ruhig über 14 starten Die haben auf den großen nix zu suchen So Bin ich okay Endeavour 49 69, Runway 23 right, cleared to land Runway 23 right, cleared to land Endeavour 49er 6 niner Geplu 1106, contact departure G'day Roger, good evening Okay, Rogers Nochmal Ich muss schon mal nicht aufzuholen Wollt grad sagen Dacht die mir einfach negativ, willst mich verarschen Geplu 1106, contact departure 2-9-2 Limazulu Wind is calm, Runway 14, cleared for deck Runway 1-4, cleared to land Runway 1-4, cleared to land Dagmar 1-4, cleared to land Schwierig Da hat er jetzt natürlich negativ gesagt Da ist ich so, ähm Moment, äh, hat´s vergessen Wenn Foxtrot parallel ist, ist schwierig Ja, ein bisschen Ups, zu weit Da war ich zu schnell Da war ich zu schnell Jetzt kann ich aber auch sowas machen. Ich nicht. Endeavor 49er, 6-9-er, Contact Ground. Endeavor 49er, 6-9-er, Contact Ground on 121.7 Ja, wenn man kurz vergisst, dass es Push-to-Talk gibt. Ja. 2-9-er, 2-0, contact your Parcha, good day. 2-9-er, 2-0, contact your Parcha, good day. So, wir haben ja eine Endeavor bei uns. Roger, guten Abend. Grawling Tower, Air Shuttle 6206 auf Final 23 Reit. Ich hab das manchmal, das haben wir denn, den, ähm, er erkennt den, 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 die Tower-Frequenz oben. Ja. Und im letzten Moment kurz bevor ich loslasse, macht das wieder weg, dann steht nur Contact Tower. Und dann sagt er negativ. Ja. Raleigh Tower, Endeavor 5147 with you. Endeavor 5147, Runway 23 Right, Line Up and Wait. Runway 23 Right, Line Up and Wait. Endeavor 5147. Raleigh Tower, Southwest 4513 on Final 23 Left. Endeavor 6, Outen Tuni, Red Bullen, Copper Zoom, stem up olmens. shacken 7'er, 2-0,15-er, Dett, Raleigh Tower, 0-3-0,19-er, Dett, Lasscka. Roger, guten Abend. Endeavour 5147, Runway 23, right, cleared for takeoff. Runway 23, right, cleared for takeoff. Endeavour 5147. Er mag dich heute einfach nicht. Runway 24147, Runway 23, right, line up and wait. Runway 23, right, line up and wait. Envoy 4147. Actual 8 zumindest. Delta hat auch schon den Taxi. Du hast auch schon den Taxi. All weg. Raleigh tower, Delta 2302 on final 23, right. Let's do in. Envoy 4147, wind is calm. Runway 23, right, cleared for takeoff. Runway 23, right, cleared for takeoff. Envoy 4147. Endeavour 517. Endeavour 5147, contact departure. Roger, good evening. Air Shuttle 6206, Runway 23, right, cleared for land. Runway 23, right, cleared for land. Air Shuttle 6206. Es ist okay. Es ist immer geil, wenn so viele Fußbrüche laufen, dass du quasi dem Flugzeug schon den Befehl gibst für den Pushback, bevor er überhaupt sagt, requesting push and start. Er kam jetzt erst mit, ich frag mal nach dem Pushback, so nach dem Motto, ich denke mir so, ah, das war's denn schon. Fahr. Ist schon gegeben. Envoy 4147, contact departure. Der Endeavour ist schon raus. Roger, good evening. Ein Rollen, der rollt. Auf. Ja, shit. Ist auch schon längst weg. S-4513, Runway 23, left, cleared for land. Runway 23, left, cleared for land. S-4513. Raleigh Tower, Spirit Wings 347 with you. Spirit Wings 347, Runway 23, left, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 23, left, line up and wait behind next landing aircraft. Spirit Wings 347. Aft shuttle 62, 06, contact ground on 121.7. Roger, good evening. Delta 2302, Runway 23, right, cleared for land. Runway 23, right, cleared for land. Delta 2302. Raleigh Tower, FedEx 1126, heavy and final two, three, right. Aber da fällt einem wieder auf, wie viel besser die Flugzeugbeleuchtung ist im Vergleich zum alten. Ja, das, das, das auf jeden Fall, ja. S-4513, contact ground on 121.9er. Was bist du bitte? Du willst mich doch verscheißern. Spirit Wings 347, Runway 23, left, cleared for takeoff. Runway 23, left, cleared for takeoff. Spirit Wings 347. God. Raleigh Tower, Southwest 1132, on final two, three, left. Raleigh Tower, Southwest 1132, on final two, three, left. Spirit Wings 347, contact departure, good day. Roger, good evening. Runway 23, right, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 23, right, line up and wait behind next landing aircraft. United Niner 3, Niner. FedEx 1126, heavy, runway 23, right. FedEx 1126, heavy, runway 23, right, cleared for land. Runway 23, right, cleared for land. Uzi FedEx 1126, heavy. Delta 2302, contact ground on 121.7. Raleigh Tower, Delta 1970, with you. Raleigh Tower, Exec Jet 392, with you. Exec Jet 392, Wind is calm, runway 23, left, cleared for takeoff. Roger, good evening. Runway 23, left, cleared for takeoff. Exec Jet 392. Raleigh Tower, American 754, on final two, three, right. Achso, er hat das, er hat das, er hat das, er hat das, er hat das Pushback nicht verstanden. Er hat nur approved verstanden. Ja. Das Pushback aber nicht. Er hat versucht, das Flugzeug selbst zurückzuschieben. Es hat nicht funktioniert. Die Antwort ist aber geil. Negative, we tried to pushback by hand, but we failed. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist der richtige Witzbeule hier. Ja. Ab und zu durchaus. Ich kriege deine Beschwerde. Verarschung. Also, dieser Maschine würde ich mir gerne mal angucken, was das für einer ist. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren, wo wir sind. Southwest 1132, runway 23 left, cleared for land. Ich stehe doch gleich hier um, von Power, ja. Runway 23 left, cleared for land. Southwest 1132. FedEx 1126 heavy, contact ground. Hast du so'n dämliches Rufzeichnen? FedEx 1126 heavy, contact ground on 121.7. Roger, good evening. Alter. Da kriegst du echt, da kriegst du echt, da kriegst du echt Freude. Ach Leute, wenn ihr dabei nicht arbeiten könnt, dann... United Niner 39, runway 23 right, cleared for take off. Ich sag mal so, ich werde auch nicht versuchen, ihn anzusprechen. United Niner 39. Ach, wenn's funktioniert hat, dann... Irgendwas mit DEVEG, nein, Zero Romeo. Aber es geht. Es ist ein bisschen tricky, aber es geht. Wenn er da wieder irgendwie auf die Idee kam, das Ziel falsch schreiben zu müssen. Exactjet 392, contact departure. Okay, wo ich gerade hingucken will. Wieder da hingucken. Oh. Southwest 1132, contact ground on 121.9. American 754, runway 23 right, cleared for take off. Roger, good evening. Runway 23 right, cleared for take off. American 754. United Niner 39, contact departure. Ich will nicht mehr. Raleigh Tower, Medevic, Master Romeo with you. Medevic, 90 Romeo. Roger, good evening. Ah, das ist eigentlich selbsterklärend, nur... Ja, aber... Es sieht halt in einem komischen Programmchen komisch aus, weil er wieder irgendwie zu faul war, Leerzeichen herzusetzen. Medevic, Nine Zero Romeo, runway 23 left, cleared for take off. Runway 23 left, cleared for take off. Medevic, Nine Zero Romeo. Raleigh Tower, Jazz 7654 on final 23 right. Dazwischen das Medevic und das Nine, zum Beispiel. Ja. Er würde es auch als Medevic 9.0R erkennen. Ja. So, American... American 754, contact ground on 121.7. Oh, da hat er gerade so ein Landelicht ausgemacht. There's a 197 Solo, wind is calm, runway 23 right, cleared for take off. Runway 23 right, cleared for take off. Also, die für die machen. Take off, take off. So, der dann schon mal dahin. American, habe ich schon weitergegeben. Ich muss mal die aufräumen. Weg, weg, weg. So, der leiten soll aber die aufräumen. Weg, weg, weg. Weil ich mit dem Medevic da, diesem Med-Ding da so ein Problem hatte, da darf ich erst mal ein bisschen... So, die haben auch alle schon ihren Taxi. Rollen aber alle drei noch, okay. Medevic 9.0R, contact departure. Medevic 9.0R, contact departure. Medevic 9.0R, Medevic 9.0R, contact departure, good day. Roger, good evening. So. So, die sind alle schon weg hier. Die sind schon weg, Dinger. Schon mal ding, 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 ding. So, alle weg. So, ihr habt alle wieder pushback. So, aber auch keine Taxis. So. Jazz, 7654, runway 23, left, clear to land. Das ist die Vigelbahn. Jazz, 7654, runway 23, right, clear to land. Okay. Runway 23, right, cleared to land. Jazz, 7654. Ja. Delta, 197, zero, contact departure. Roger, good evening. So schön, dass du push-and-start requested. Was zahlst denn dafür? Wenn du mir ein Glas-Extra-Gehalt gibst, dann zieh ich dich vor. Na Gott. Bestechung. Okay. Sind sowieso alles privat unternehmen. Was ich noch super fände, wenn man Flugzeuge in der Spielwelt anklicken könnte. Wenn man nicht weiß, welcher welcher ist, oder was? Ja, ich könnte ihn ja auch auf der Karte anklicken und dann verfolgen, aber warum nicht einfach in der Spielwelt draufklicken? Weil ich gerade frei habe und auf diese Ankunft warst, dann kann ich auch kurz mal die American da verfolgen. Ja. Raleigh Tower, Envoy 3682 on final 23 left. Ja. Du hast, du hast und du hast Jazz, 7654, Kontakt ground on 121.7 Wer ist noch ein bisschen weit weg Du hast auch Habt alles schon Wörter reingegeben worden Da muss man auch mal rausfinden, wann so an verschiedenen Orten in der Welt die Sonne untergeht, dass man mal so einen Zeichen im Sonnenuntergang hat Merkungs 8 ist zu spät Raleigh Tower, Venture Flight 1540 on final 23 right Jetzt scheint der erste Schub erstmal durch zu sein Raleigh Tower, American 2501 heavy with you American 2501 heavy, wind is calm, runway 23 right, cleared for takeoff Runway 23 right, cleared for takeoff American 2501 heavy Envoy 3682, runway 23 left, cleared to land Runway 23 left, cleared to land Envoy 3682 Raleigh Tower, jet blue 867 on final 23 left Raleigh Tower, jet blue 967 on final 23 left, cleared to land Raleigh Tower, jet blue 867 on final 23 left, cleared to land Raleigh Tower, jet blue 967 on final 24 left, cleared to land Da rollt er, da rollt er. Ich verarsche mich auch wieder, dass ich zu dem machen weil ich den selben Scheiß gehe. Na gut, du bist ein großer als ich dachte. Du hast ja recht. Aber das schaffst du auch mal per Hand zurück zu schieben. Man ist anstrengend. Sollen sie mal nicht so haben? Genau. Da ist ja ja. Ich finde Einstellungskriterien bei Fluggesellschaften sollte sein stark genug um ein Flugzeug zurückzuschieben. Rallye Tower. 26.8 F-Oxtracht auf Final 23. Rallye Tower. Delta 8.0 mit dir. Delta 8.0.4 Runway 2.3 Left line up and wait behind next landing aircraft. Delta 8.0.4 American 2501 Heavy Contact Departure. Roger. Good evening. Frontier Flight 1540 Runway 2... Frontier Flight 1540 Runway 23R Cleared to Land. Frontier Flight 1540 Runway 23R Cleared to Land. Frontier Flight 1540 Runway 23R Cleared to Land. Gate Flight 1540том Das ist eine Kack maschine da unten. Irgendwie will er, wenn wir das Two-Five-Niner nicht so wirklich nehmen. Kack-Kack-Maschine da unten. Oh, jetzt hast du einen scheiß Pushback. Genau. Einfach Überzeugungsarbeit leisten. Einfach ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dann passt das schon. Envoy-3682, Kontakt-Ground-On-121.9 Delta 804, Runway 23, Left, cleared for take-off. Brickyard 5357, Runway 23, Right, Line-Up and Wait. Das ist so eine Route von dem, was ich dir gerade erzählt habe, was so blöd sind. Ne, gut, du wirst Klammer genug aufs Denken so, hä, wieso ich denn da fahre, bist du bekloppt. Und hier ist Flight 1540, Kontakt-Ground-On-121.7. Ey, was das für eine dämliche Route wäre? Bravo. Und er unten auf der 23 links steht. Raleigh Tower, 7683, Whisky, on final 23, Right. Ah. Vor allem, wenn er mit auf Echo dann kommt, muss er über Charlie hoch. Bravo, Echo, Fox, Dot. Ja, ich wollte eigentlich die Alpha sagen, es ist irgendwie Bravo geworden. Was sonst, yo? JetBlue 867, Runway 23, Left, cleared for land. Runway 23, Left, cleared for land. JetBlue 867. Delta 804, Kontakt-Departure. Brickyard 5357, Runway 23, Right, cleared for takeoff. Der ist aber auch selber zu blöd, sich auszusprechen, der da unten, ne? Den verstehst du kaum. Roger, guten Abend. Runway 23, Right, cleared for takeoff. Brickyard 5357. Auf gut Deutsch, ein Aufruf an alle Flugplanersteller. Macht doch bitte so, dass eure Flugzeuge richtig benannt sind. Danke. Frontier Flight 1540, Kontakt-Ground on 1 to 1.7. Ja, okay. Oh, okay, we're out. Die beiden sind weg. Die beiden sind... Ne, der ist weg. JetBlue 867, Kontakt-Ground on 1 to 1.9er. Roger, good evening. 208, Romeo, Foxtrot, Runway 23, Right, cleared for land. 208, Romeo, Foxtrot, Runway 23, Right, cleared for land. 208, Romeo, Foxtrot. Rally Tower, Frontier Flight 634 with you. Oop. Oop. Rally Tower, American 2434 on final 2.3 left. Oop, das ist dein Problem. Oh. Runway 23, Right, cleared for land. 208, Foxtrot. Rally Tower, Brickyard 5696 on final 2.3 right. Leute. Ich habe einen viel besseren. Brickyard 5357, Kontakt-Departure. Total. Ja, also ich habe es nicht geschafft, ihn anzusprechen. 259er, November, Lima, Runway 23, Left, cleared for land. Ach, das ist schon weg. Runway 23, Left, cleared for taking. 259er, cleared for land. Da oben. Frontier Flight 634, Runway 23, Right, line up and wait. Runway 23, Right, line up and wait. Frontier Flight 634. Mach der denn da, dreht der da gar nicht auf der Rollbahn um oder was macht der da oben? Nee, der will da vorne runterfahren. Hat aber offensichtlich die Kreuzung überschossen. War schon ein bisschen weiter als er dachte. Ach, du. Roger, good evening. Tschüss. Viel Spaß. Frontier Flight 634, Runway 23, Right, cleared for takeoff. Runway 23, Right, cleared for takeoff. Frontier Flight 634. Takeoff, takeoff, weg. Was denn, geht da wunderbar? Ja, bei mir wollte er irgendein anderer November die ganze Zeit haben. Und da hatte ich keinen Lust mehr zu kämpfen. 208, Romeo Foxtrot, passt da. Ja, mich mag er nicht. Six, oh gut. 7683, Whisky, Runway 23, Right, cleared for land. Runway 23, Right, cleared for land. 7683, Whisky. Rally Tower, Exeg, Jet 471 on final 23, Right. Frontier Flight 634, contact departure. Frontier Flight 634, contact departure. Roger, good evening. 259er November Lima, contact departure. Die haben es aber eigentlich gleich da vorne runter zu wollen, die erste, right? Ja. 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 Ja, die wissen genau, wenn ich da rauskomme, dann komme ich ganz schnell über Juliet runter, wo ich hin will. Brickyard 5696, Runway 23, Runway 23, Right, cleared for land. Runway 23, Right, cleared for land. Brickyard 569 or 6. American 2434, Runway 23, Left, cleared for land. Sollst du ja auch nicht saufen hier während der Acht. Nicht? Nee. Oh. Warum nicht? Macht das Ganze doch viel lustiger. Sicher, aber... Sicher eben nicht. Das ist ja das Problem. Ja, das ist eben das Problem. Jetzt ist das eben nicht mehr sicher, ja. So, ihr beide seid da. Ihr beide macht auch bereit, Taxi. Rawley Tower, Swift Flight 6732 on final 23, Left. Ja, JetBlue, genau. Ihr beide habt Pushback. Nee, so, du bist der Pushback, du hast noch kein Dix. American 2434, Kontakt, Ground, on 121.9er. Brickyard 5696, Kontakt, Ground, on 121.7. Exactjet 471, Runway 23, Right, cleared for land. Runway 23, Right, cleared for land. Exactjet 471. Envoy 3477, Runway 23, Left, cleared for land. Runway 23, Left, cleared for land. Envoy 3477. Runway 24, downwärts, Also, du hast du, du com, du hast du, du com, du hast du, du com. und ich habe den Endeffekt Pounds Schwie hat er immer die Fischwärts raus es ist ja auch an sich nicht Pound aber Point das ist das einzige wo ich mir denken könnte warum man es nicht mag aber ansonsten das ist einfach zu zickig es kann auch sein Air Shuttle 62 35 Runway 23 Right Line Up and Wait Runway 23 Right Line Up and Wait Air Shuttle 6 2 3 5 Rally Tower 3 7 4 5 with you Rally Tower United 141 6 on final 23 land gleich weg kreuzte ich hier vorne was das schon ein bisschen stehen wir möchten ja keine Collision haben hier wär zumindest unschöne stimmt musst du nur deine Telefonnummer rausgeben das ist immer nervig naa so schon Air Shuttle 62 35 Runway 23 Right cleared for takeoff was negativ Runway 23 Right cleared for takeoff Air Shuttle 62 35 Air Shuttle 5 Museum maxi 1.7 Envoy 3477, Contact Ground on 1.2 1.9er Skywest 5685, runway 23R, Clear to Land Runway 23R, Clear to Land, Skywest 5685 Swift Flight 6732, runway 23L, Clear to Land Runway 23L, Clear to Land, Swift Flight 6732 Brickyard 3745, runway 23R, land up and way to be antics landing aircraft Runway 23R, line up and way behind next landing aircraft Brickyard 3745 Air shuttle 6235, Contact Departure Roger, good evening Raleigh Tower, Endeavor 5077 mit dir Braucht er auch noch? Was wollen die denn alle von mir? Wir wollen, dass du arbeitest Ich will aber nicht Lass es halt Geht nicht, muss doch in anderthalb Minuten sonst krieg ich mein Geld nicht Welches Geld? Keine Ahnung Skywest 5685, Contact Ground on 1.2 1.7 Roger, good evening Brickyard 3745, Wind is Calm, runway 23R, cleared for takeoff Runway 23R, cleared for takeoff, Brickyard 3745 Swift Flight 6732, Contact Ground on 1.2 1.9er Roger, good evening Endeavor 5077, runway 23R, land up and wait Runway 23R, line up and wait Runway 23R, line up and wait, Endeavor 5077 077 So was zu tun haben? Kann doch nicht sein, dass du jetzt hier Urlaub machst Warum denn nicht? Lass mich doch mal mit Urlaub machen Ne United 1416, runway 23R, cleared for takeoff, cleared for takeoff Weg Runway 23R, cleared for takeoff, United 1416 Aber eigentlich kannst du zufrieden sein, ich hab nur noch eine Ankunft Bin ich erstmal durch Was kann nicht zufrieden sein? Ja, ich hab jetzt nur noch einen ankommenden Flieger, dann hab ich erstmal nix mehr Okay Endeavor 5077, Wind is Calm, runway 23R, cleared for takeoff Runway 23R, cleared for takeoff, Endeavor 5077 Wo ist brav Gerade so Weißt was, ich guck jetzt tatsächlich einfach mal ihm hier hinterher Gerade so, rechtzeitig Stingelblieb noch Da kommt dir nämlich einer entgegen, der direkt vor dir rein will Ja 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 Na ja, du wirst ja Ja eine grobe Idee davon haben, was deine Anweisungen und was die Anweisungen von anderen sind. Naja, was die Anweisung von dem anderen weißt, ist, weißt du nicht unbedingt, oder? Gut, hast du mitgehört vielleicht, aber du weißt ja nicht, ob das der ist. Das stimmt. Du weißt ja nicht, ob das jetzt exakt der ist gerade. So, wer wirst du? United 1416, Kontakt ground on, 121.9er. Roger, gut. Berickei 3745, Kontakt departure. Ender 5077, Kontakt departure, good day. Weg, 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 weg. Das war zu viel weg. Noch ein paar Tage. Delta 9er 55, Wind is calm, runway 23, right, cleared for the heck off. Runway 23, right, cleared for the heck off. Delta 9er 55. So. Gucken wir doch gerade mal, was hier so los ist. Alle schon direkt wieder ding, 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 den ganzen Airwanderer schon wieder reingeknallt. So, die hat schon ein Taxi. Hier rollt eine kleine. Er will wahrscheinlich gleich los. Der wird heute nicht mehr loskommen. Guck mal, der kommt auch gerade an. Ja gut, den Haken hättest du dir sparen können da oben. Oh. Oh. Die Baupenenden war quasi dort, wo wir letztes Mal angefangen haben. Ich bin schon wieder mit der Kamera quasi in derselben Position. Das könnte man vorher nachher vergleichen. Vielleicht mache ich das. Muss ich nur gucken, dass ich das irgendwie... Ah, warte, dann habe ich noch eine Idee. Southwest 33, wir haben mit dir. Ach das. So. Mal schauen. Vielleicht kriege ich ja auf dem Thumbnail den Vorher-Nachher-Vergleich hin. Oh. Da hinten blendet mich der letzte Abflug des Tages. Äh. Und der... Ich wollte gerade sagen, und der Mond, aber es ist so bedeckt, das kann gar nicht der Mond gewesen sein. Das hat irgendein anderes nicht reflektiert. Da haut die Delta ab. So, dann lasse ich jetzt mal die anderen zwei Deltas, die schon wieder drinstehen, mal unbearbeitet. Das Delta. Wenn ich rauskomme, kommen sie auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Tau hat keine Lust mehr. Deswegen lasse ich sie schon direkt unbearbeitet. Können sie für die Ablösung stehen bleiben, damit der besser weiß, was los ist. So. Und da blinkt sich die Delta weg. Blinkt sich weg. Ja. Die blinken so schön. Leider machen sie nicht das, was einige Piloten machen, so ein bisschen links-rechts mit den Flügeln wackeln. Das wäre jetzt so... Aber die Southwest steht noch auf 23 links. Da an, links, nicht auf, aber... Meist ihr, die soll auch noch weg. Das war der falsche Knopf. Das war der richtige Knopf. Southwest 3318. Runway 23 left, cleared for takeoff. Southwest 3318. Aber die rollt ja rein, die hat ja ihre Route zum Reinrollen. Delta 955, kontakt die Partjokatee. Hätte jetzt schon wieder 4, 4, 5, oh Gott, das ist eine scheiß Nummer, ne? Delta 2, 0, 0, 0. Da denkst du, ja, danke. Hatte ich auch lieb. Delta 2, 0, oder so. Ich weiß gar nicht, ob du das abkürzen dürft, das ist 2,000. Ich glaube nicht. 200 ist okay, aber ich glaube 2,000 nicht. Können Sie ausprobieren? Ne, ich meinte jetzt, abgesehen davon, was das Spiel überhaupt kann, ich meinte, ob das auch in echt erlaubt wäre oder nicht. Ich weiß es nicht. Da rollst du doch schon, siehste. Genau. Wo ist sie? Will man da mit der Kamera folgen? Ja. Wie? Wow, oder auch nicht, weil man das falsche Flugzeug ausgewählt hat. Ich kann die gar nicht mehr anklicken bei mir. Ja, müsstest du halt, wie so, anklicken müsstest du können. Nee. Oh, dann nicht. Denn nicht, dann haut sie jetzt ab. Grüß sie, haust du rein. Ja. Komm, sei her an. Bye, bye. Genau. Ich würde sagen, das gleiche gilt für euch, die Zuschauerschaft, wie auch immer. Ob man euch mit euch ansprechen soll oder lieber als das, das interritte Person angesprochene Zuschauerschaft. Mir ist das egal. Alle Zuschauenden. Genau. Wobei Zuschauerschaft auch in Ordnung ist. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ihr habt eine angenehme Woche. Angenehm Pfingsten steht ja jetzt auch vor der Tür. Das stimmt, ja. Aber haben wir ja vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen Chance was zu unternehmen. Oder einfach nur entspannen, wer weiß. Wir sehen, hören, veranstalten Chaos nächste Woche wieder. Und bis dahin. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Willst du noch was loswerden? Na denn. Ciao. 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 Vielen Dank.